Hi Leute was geht oder soll ich eher sagen hi youtube herzlich willkommen zu einem neuen video ein bisschen tecken acht hier sind kleiner zusammen schnell aus meinem stream hier und da habe ich gegen ein bisschen jack gespielt seine wand combo hat mich sonst von abgenervt weil die einfach so viel damage macht und gegen steve spielen wir und dann spielen wir noch gegen ein bisschen ach was war das hier nen joshi einen schönen dicken joshi spieler und ja wir sind schon fast wir sind gerade auf dem weg nach mighty hula also es fühlt sich an als hätte ich das spiel gestern installiert und wir sind schon fast mighty hula wie schnell das aber geht in diesem spiel das ist einfach wahnsinnig das einfach damit ich besser geworden bin oder weil man erst auf den grünen ranks absteigen kann im gegensatz zu denken 7 naja das weiß man halt nicht aber ich hoffe euch hat das euch macht das video viel spaß sorry ich über das ganze noch ein bisschen und ja ich hoffe man sieht sich in den streams wieder liked wenn es euch gefällt kommentiert gerne das hilft immer dem algorithmus und folgt mir genau auf twitch bis nächsten mal jo freddy krüger let's go oh mei diesen move okay das ist auch ein mit das ist so crazy er hat zurückgehalten nice spo2 jesus christ okay dennis werden nicht auf nein auch kein spotify links die gehen nicht jetzt wird er sich neu ist oh mein gott und die bekommen wieder gleich diesen garantierten damage guckt euch das an 1 plus 2 das habe ich nicht geprüft oh mein gott und die look at that shit oh mein gott jesus christ these are damage oh mein gott mein gott das ist sofort oh ja ich werde schon wieder zur wand getragen ich sehe schon look at that ich droppe das nicht no way jose das droppe ich nicht fucking jake ey ich hab gepresst nein wer macht diese string dance zu ende 1 plus 2 ist das nicht 1 plus 2 oh mein gott und diese range einfach habt ihr diese range gesehen von seinen nach unten vorne 1 was ist das ich war bestimmt zwei charaktere entfernt oh mein gott oh mein gott jungen bei dem song kann man nur losen guck dir das an oh mein gott jesus christ round 2 fight nice look at that Das ist so fucking dämlich. Ich wäre wahnsinnig. Fuck, diesen Kar-Charakter. Oh mein Gott, Edna's Hammer. Was ist das für ein Scheiß? Und er bekommt... Oh fuck, that shit. Jesus. Look at that disgusting behavior. Oh mein Gott, ey. Ich stehe auch vor Mesh Rage, das ist mir egal. Boah, tältet mich dieser Charakter einfach. Das ist nicht Minus 10. Ich glaube, diesen einen Schuss hat er nicht zu sich raus. Ich denke, das war ein Überleg. Hier ist mein König. Ich Applic grupos bei uns. Ich binande Das ist so... Das ist so... Jesus Christ, ey. Fuck, dieser Charakter. Fuck ihn. Dieser fucking Jack, ey. Boah, ist das nervig. Bist du mein Zweiter? Oh, Junge. Das kannst du auch nicht anders. Guck ihn dir an. Guck dir diesen scheiß Freddy Krüger abgelöst an. Oh, mein Gott. Und der schon wieder mal seinen Low. Warum hab ich das durchgezogen? Ich bin ein fucking Liebway einfach. Wow. Wow. Das ist so fucked, dass er das einfach bekommt, ey. Ich hab das nicht gebrochen. Bin ich behindert? Okay, Dennis. Relax. Er macht nicht den Kick. Er hat nicht den Kick gemacht. Yep. Ist das nicht 1 plus 2? Das... Ist das 1? Das ist ein Einer-Break. Ich komm nicht klar. Ich hab... Ich hab geparriert. Ich hab geparriert. Ich schrubber Gott. Ich hab geparriert. Fight. Und... Und... Er tut schon wieder nichts. Oh, ist das... Ist das... Absurd. Warum bekommt ihr das garantiert? Guck dir diesen unskalierten Damage an. Warum ist das ein garantierter Combo-Ender bei ihm? Oh, Mann, ey. Ich kann nicht warten, bis sie den ersten Patch diesen Charakter sowas von in den Mülltonnen kloppen, ey. Hohohohoho. Ey, ich will wissen, wie man diesen Scheiß vorbricht. Ja, mir egal jetzt. Das ist mir sowieso egal. Komm. Das ist 1 plus 2. Habe ich nicht 1 plus 2 gemasht? Moment mal. Moment mal. Moment mal. Was mach ich da? Ich mach 1 plus 2. Was ist das? Seht ihr diese Inputs da? Das ist 1 plus 2. Ich break doch diesen Forerwurm. Geh das nicht durch. Okay. Ich muss jetzt einfach nur spammen. Das geht nicht anders. Jesus fuck. Boah, ich dachte schon, ich werde wahnsinnig. Wille mau. Wie ist das denn? Ich kann das Geheimnis. Ja, ich kann das. Ich habe mir wieder ein paar Zwischenprüfungen angeschaut. Das ist echt glücklich. Entweder stehen die gute Fragen oder recht dummer. Ja, Bruder. Fuck Zwischenprüfungen. Die sind so fucking nervig. Ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht machen. Oh fuck. Ich kann mich nicht tun. Ich kann mich nicht warten, dass der hier den Smash einsetzt. Oh Nice Sorry Is this a Rift Punisher? Shit, is this Killt das oder nicht, das ist die Frage Aber good luck, Ming, by the way Aber das killt nichts Ja Get fucked Nice It's over Kannst du Ofo stricken? Oh, kann er Oh, er hätte nicht nach innen gedrückt Sehr schön Oh, ich hab getötet, hab ich getötet? Nice Hahaha Sehr gut Der schöne Luigi-Win Ja, zwei Wochen sollte mehr als genug sein eigentlich Hey, wieso? Das heißt ganz heiß, die Musik muss ganz normal sein Bei euch Ich hab bei mir auf minus 30 Dezibel gestellt Das müsste eigentlich die perfektere Einstellung sein Oh Fucking Lee, die Nutzer, ey Nice Smash Das ist nicht minus 40 Dezibel Was mach ich da? Das ist nicht minus 40 Dezibel 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 Das ist nicht nur eine Menge No more playing around Nice Shit Nein Oh fuck Als ich so schnell heran gedischt Sehr schön Machen wir mal die Einfallkombo Sehr schön Jura-san Das krieg ich meister Shit Das ist fucked up Das ist auch fucked up Und warum periche ich mir ein Idiot Die Runde ist am Arsch Shit Oh ich wollte nicht nach vorne 3 Die Over here Over here Over here It's over Sehr schön Ha Was für ein Passant Song ist es einfach Yoshi Mitsu Ist einfach ein Yoshi Style Song bei Yoshi Let's go What the fuck Das war nicht minus 10 aber er hat sich davon trotzdem hüten lassen Das macht jeder verdammte Yoshi Spieler Warum macht das jeder Yoshi Spieler Fuck dein scheiß Parry Fuck dein scheiß Parry Also die selben. Fucking Lee, die Schlampe. Let's go. Spieltel kommt ein bisschen King, Max. Aber erstmal ein bisschen Lee spielen. Oh, was ein dreckiges Setup. Ich hab da einfach abkicken sollen. Nice. Nice. Jesus Christ. Dieser Kerl ist behindert. Oh mein Gott. Ich bin behindert. Geht doch. Endlich ein schöner Ex-Ant-Punish. Dennis, dukt den Scheiß. Er hat ihn dahin gehalten, sehr schön. Easy. Einfach warten, was der Gegner macht. Einfach schön mit kühlen Kopf arbeiten hier. Das ist ein geiles Song. Ich muss das gleich ein bisschen laut bei mir machen. Oh, das ist so fucked up. Ich wollte ihn zuerst scannen. Nice. Oh, what the fuck? Get fucked, bitch. Oh, shit. Oh mein Gott. Eins bis zwei. Oh, er hat geduck. Fuck, er hat sich reingeschissen. Ja, du auch nicht, meinst du? Das ist nicht nur für mich gedacht. Ist auch für dich zu. Oh mein Gott. Das ist fucked up. Oh mein Gott. Oh mein Gott. oh man oh man